Das ging schnell, oder? Ein wildes T-Tox. Melvin, join the game. Oh mein Gott! Ich bin so erregt. Was? Äh, Tyrox? Die Aufnahme läuft seit 15 Sekunden und die läuft jetzt, das läuft jetzt schon wieder auf sowas hinaus, dass ich, ach, egal. Hallo Melvin. Hi. Wahrscheinlich kommt das zu der Fall. Hallo Melvin. Na, wie geht's? Also, Tyrox, ich weiß, dass du dich freust, dass Melvin. Da ist aber, musst du gleich vor ihm auf die Knie fallen und essen. Oh Gott. Na, Melvin, steckst du fest? Oh, nee, hier, ich... Jetzt ist es... ...bequem. Okay, bleib unten. Au! Nein. Schön da bleiben, wo du bist. Ich will aber nicht auf... Bleib unten. Schön da bleiben, wo du bist. Bleib unten. Scheiße. Oh, ey. Ja, klar, bei mir klappt es nicht. Dich, 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 dich. Warum? Weil ich die Lagerkisten habe. Ach so. So. Äh, ach Gott. Bleib unten. Nein, bleib unten. Scheiße. Ja. Wies. So, ich muss mich mal kurz stumm stellen. Äh, okay. Kannst du Sand machen? Ja, wo ist der, Aiki? Hä? Nee, da ist er. Kannst du Sand machen? Äh, warte, ich muss kurz gucken. Ach genau, Sand kann man im Übrigen ohne herstellen, Schatz. Ähm, mit... Irgendwie. Silizium war das, glaube ich. Ähm, und wir brauchen 20 Stück davon, Mabel. Ja. Und woher bekommt man dieses Silizium? Siliziumdorxid? Ähm, äh... Aus... ...diesen komischen... Ja. Ich muss Stein dekompressen am besten. Also Cobblestone. Okay. Ach so, jetzt kann ich dir das gleich zeigen, Schatzi. Also brauchen wir Cobblestone dafür. Ja. Ach so, compressed Cobblestone. Wir haben irgendwo... Das haben wir hier. Ja, okay. Jetzt brauche ich gebrannten Stein. Aber ich stelle mich erstmal kurz stumm. Ja. Den haben wir unten. Bleibst du hier oben, da zeige ich dir das gleich. Mhm. Die Tastenbelegung ist ja wieder ganz anders hier. Das ist Marble, das ist Cleanstone. Habe ich jetzt ein Stack? Äh, dieser Stern, ich muss das unterirdisch bauen. Das geht mal gar nicht. So, einen Eimer. Kannst du mal gucken, ob wir irgendwo einen Eimer haben? Äh, ich kann eben gucken. Das sieht nicht so aus, als wenn wir hier einen Eimer drin haben und in meiner Kiste haben. Ach, hier ist... Hier, ich habe einen. Warum gehst du runter? Hier oben sind Kisten. Unten sind auch Kisten. Äh, so. Lava rein. Und jetzt, äh... Da. Dann machst du das da und das da. Und wie stellen wir es das daher? Ähm... Mit dem da. Und Kabelstone. Ah, stimmt. Habe ich was. Mach jetzt erstmal die 40 Redstone, so wie die Lava reicht. Und den Rest automatisiere ich uns unten dann mit der Lava. Vorher will ich hier noch ein bisschen im Lager... Äh... Na, Dings, die Dinger hier fertig machen. Die Barrels. So, fünf Stück reicht nicht. Acht Stück reicht auch nicht. Ich brauche Holz. Holzi, 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 holz. Mach jetzt erstmal die 13. Sag, die Sachen mal hier in die Kiste und guck, wie viel ich aus den 13 bekomme. Okay. Mach das. Ähm... Oh, lol. Erstmal ein paar Stacks Holz hier rausgeholt. Läuft. Wir könnten sogar wieder Erde herstellen. Könnten wir. Leu, warum geht denn unsere Farm hier nie weiter? Oh, ähm... So. Hier hat er keinen Brennstoff mehr. Und das können wir eigentlich auch automatisieren mit der Erde. Jo. Ich gebe euch einen Tipp. Macht niemals, äh, Triple Compress Cobblestone in einen Decompressor. Er ist übermüllt. Tja. Hatten wir auch nie vor. Keins von dem rausbekommen, was ich brauche. Ihr bekommt das niemals wieder raus. Ich bin immer noch... Oh. Oh, 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 oh. Ja. Scheiße. Was? Ja. Äh... T-Toc scheiße gebaut? Sagen wir mal so. Was passiert, wenn man... Ist schon okay. Also, wenn der Server crasht, will er sich auch nicht... Nein, nein, der crasht... Der crasht nicht, nein, nein, nein. Sagt er jetzt, so fünf Minuten später war der Server aus. So, zack, zack. Oh, scheiße. Ernsthaft, wir brauchen so krass viel. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin wieder da. Moin. Hi, Melvin. Habe ich was verpasst? Ist unsere Tür wieder weg? Ja, nein. Explosionsschaden ist aus. Gut. Hast du die Nachricht nicht... Oh Gott, was war das? Tut mir leid. Hast du die Nachricht nicht bekommen, Mensch? Hast du kein originaler Ike-Fan? Kann ich das letzte Lava auch rausnehmen, oder? Ja, kannst du machen. Ich stelle uns das dann gleich her. Wir haben so viel Cobblestone, das denkst du, wie schnell das geht. Ich brauche auch massig Cobblestone, um die eine Quest abzuledigen. Äh, Schatz, wir haben so viel Cobblestone. Ich brauche acht Cobblestone alleine für... Äh, zwar ein... Ne, vier oder acht für einen Lava, aber... Ähm, das geht auch trotzdem ruckzuck. Vier aus dem halben Stack habe ich jetzt rausbekommen. Läuft. Okay, Melvin, wir müssen unbedingt... Ähm, äh, uns um diese komische... Äh, Belagerung hier von den Herzen... Ja... Gut, jetzt kann ich das Lager komplettisieren, und dann kann ich anfangen, das zu automatisieren. Guck mal, wie viel, ähm, Eisen wir haben. Warte, warum hab ich denn... Immer Blei. Ja, ich bräuchte halt... Hast du noch einen Oxygen-Tank? Äh, oh, meiner ist auch schon fast klar. Ich glaub, in... Wenn ich den auswechsel, sterb ich. Äh, habt ihr halt... Ja, hab ich hier, warte... Hier, hier, hier... Hier, 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 hier... Ich hab Probleme aufgetreten. Oh mein Gott, wo hast du dich jetzt ausgelockt? Also... Ja, Startnach, jetzt ist neu. Warte, hier ist das so, da drin. Nee, ähm, wo du gerade warst, wo du rausgeflogen bist. Achso, unten. Okay, dann kommst du... Unter den... Dann kommst du jetzt nicht mehr raus, ich hab das jetzt zugebaute. Ja. Ähm... Ich mach kurz. Genau. Ach, aus dem komischen Netherstar kannst du dir Gravity-Sachen machen. Gesundheit. Mhm. Haben wir schon irgendwo Sticks? Nee. Äh... Das... 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 Oh, ich möchte doch nicht noch mehr Oxygen haben. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Das reicht jetzt. Mir doch egal. Mir nicht. Ach, alles egal hier. Obwohl, warte mal, wenn ich Ozon herstelle, dann geht das schon. Aluminium. Ah, die Aufnahme läuft. Äh, welche? Deine oder meine? Äh, meine. Ja, meine auch. Das, 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 das... Äh, ja gut. Wir haben so viele Ressourcen, das ist ja ab nochmal. Ich muss mal bitte was durchfahren, dass ich das Lager hier unten ein bisschen weitermachen kann. Ach so, Schatzi muss ja raus. Hey. Ähm. Oder einfach eine Seite und Steiner. Nee, ich will direkt so einen Untergang haben eigentlich, wo man so genau... Ach, scheiße. Ich mach das jetzt doch erstmal so. Ja, nein, der läuft ja gerade erst. Püh, nö, nein, tschö. Was hast du jetzt da drin? Äh, so, Copper herstellen. So, wir müssen uns überlegen, wo man da nach die Kiste hinsetzen, wo alles einsortiert wird. Äh, vor allem, du hast nur Moonrod geholt. Und ein bisschen Moonrod. Ja. Wir brauchen einfach mehr Ressourcen, ja. Ähm. Ach so, dann fange ich jetzt an. Lavaproduktion. das machen wir hier unten hin ein zweiter runter ja gut was los die docks nichts habt ihr habt ihr noch drei sand muss ich gerade selber gucken bekommt ja auch zurück neun sand kann ich drei davon haben natürlich ihr bekommt auch früher oder ach brauchst uns nie wiedergeben ist klar das ist dann schon selber hin weil ich glaube scherzi kann das über mein schirm auch herstellen kann man auch jetzt braucht halt nur übelst viel lithium silizium sind wir denn bei arc ja jetzt wie kommt er auf das halte ich mich auch weil es das silizium werden gibt genau also die hatte ja du solltest öfters mal wieder acht spielen denn wir haben sich alle jetzt vom level her soweit ein dass er du gar nicht mehr wenn brauchst du kannst schon alles herstellen wenn du uns fragst vor allem die flotrüstung oben bei den better barrel kisten hinten wo die ärzte sind da ist eine mit sand hinten wo die ärzte also warte ich ah ja da etwas genau äh ja kannst du so viel rausnehmen wie du brauchst dieser stern ganz ehrlich ich hasse den der muss umgebaut werden so jetzt habe ich das rechts oder links rechts oder links unten ja was ja recht mhm oh mhm 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 aber vielleicht die gleiche so rüber redstone land habe ich projektor von wegs glas ja gut sag was du brauchst ich glaube wir haben sogar noch irgendwo ein zwei glas und wir haben nicht zufälligerweise irgendwo noch glas oder hat doch mussten müssen wir aber müssen doch 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 haben wir doch oder ich würde verarschen ich nicht bitte nein nein ich brauche nicht ich glaube ich wirklich nichts weil haben wir glas scheiben wir haben doch bestimmt irgendwo noch klar eine glas scheibe eine einzige es lohnt sich doch nicht dafür jetzt glas scherz hast du noch den eimer haben keinen habe ich oben in die küsse konvex linse ok also 3 4 5 7 erstmal muss ich ja eh hin weil ich dort noch die lava habe und dann wir haben ja noch oben das eine sieb 5 und 10 quarts so jetzt brauche ich wasser als So, so, da wird Camelstorm produziert. Oh scheiße! Ey, komm! Äh, okay. Flying is not enabled to on the server.